Schnee am Wochenende, Schnee zum Wochenstart. Der Winter ist da und hat uns voll im Griff. Vor allem im Ruhrgebiet gab es ein ganz schönes Chaos heute Mittag, wie hier auf der A31. Da ging es zum Teil nur mit Schneeketten weiter. Autos rutschten und standen teilweise quer. Und damit ganz herzlich willkommen zur Lokalzeit Ruhr. Mehr zum Wintereinbruch gleich in der Sendung. Erst kommen wir zu einem mysteriösen Überfall, der die Polizei gerade beschäftigt. In Essen Schornebeck hat eine Einbrecherbande einen Mann gefesselt und in seine Garage gesperrt. Stundenlang musste der 51-Jährige dort ausharren. Währenddessen hat das Trio ungestört die Wohnung leergeräumt. Da war ganz schön was los heute auf den Straßen. Schnee, soweit das Auge blickt. Ob wie hier in Essen oder in Bochum, in vielen Städten ging ab dem späten Vormittag gar nichts mehr. Eine reine Schlitterpartie. Autos und Lkw standen quer. Der Busverkehr wurde eingestellt. Schneechaos im Revier. Ja, so wie hier auf der A40. Da war quasi Stillstand am Nachmittag. Mehr zur aktuellen Verkehrs- und Wettersituation gibt es gleich. Wir schalten noch live zu unserer Reporterin an der A40. Da gucken wir auch mal, wie es weitergeht. Samstags ist auf den Weihnachtsmärkten hier im Ruhrgebiet mächtig was los. Haben Sie vielleicht selbst am Wochenende erlebt. Auch viele Niederländer kommen extra für den Budenzauber hierher. Oberhausen mit dem Zentro ist da sehr beliebt bei unseren Nachbarn. Aber auch bei den Taschendieben. Und deshalb gehen seit einigen Jahren deutsche und niederländische Polizisten samstags gemeinsam auf Streife. Rob Milané ist auch dabei. Ist seit 38 Jahren Polizist. Und das merkt man dem Niederländer auch an. Warum Bochums Oberbürgermeister gestern ganz früh morgens am Hauptbahnhof in Bochum unterwegs war, das verraten wir Ihnen gleich nach den Nachrichten. Ein Gespräch über den massiven Stellenabbau bei Siemens ist ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Bundeswirtschaftsministerin Zypries hat sich in Berlin mit dem Konzernvorstand getroffen. Das Ergebnis? Siemens will zunächst mit den Arbeitnehmervertretern über die Höhe des Arbeitsplatzabbaus verhandeln. Allein in Mülheim stehen bis zu 740 Jobs auf der Kippe. In der Essener Innenstadt hat heute Morgen ein Wasserrohrbruch den Bürgersteig unterspült. Betroffen waren davon auch das Alto und das Grillotheater. Sie lagern in der betroffenen Straße ihre Requisiten. 50 Umzugskartons mit Designer-Drogen im Wert von mindestens 350.000 Euro haben Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Durchsuchung in Duisburg vergangene Woche gefunden. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft jetzt bekannt gegeben hat, war das aber nur ein kleiner Teil dessen, was die Ermittler insgesamt sichergestellt haben. Vier Männer, darunter ein Duisburger und ein Oberhausener, sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, die Drogen unter anderem als Kräutermischungen und Badesalze getarnt über das Internet verkauft zu haben. In Essen ist heute der letzte Baum für den sogenannten Hain der Menschenrechte gepflanzt worden. Der Hain mit insgesamt 31 jungen Bäumen ist ein Projekt der grünen Hauptstadt. Und das waren die Nachrichten vom Montag. Der Aufschrei in Bochum war groß. Vor einem Jahr hat die Stadt über Nacht offenbar an Bedeutung verloren, zumindest für die Bahn. Die hat den Fahrplan so umgestellt, dass seitdem täglich 15 Fernzüge ohne Halt einfach an Bochum vorbeigerauscht sind. Ärgerlich für viele Pendler, denn plötzlich fehlten wichtige Früh- und Spätverbindungen. Die Kunden sind zu Tausenden auf die Barrikaden gegangen. Mit Erfolg, zumindest einem Teilerfolg. Und sogar der Oberbürgermeister ist total aus dem Rathäuschen. Wir kommen noch mal zum Wintereinbruch und zum Schneechaos heute vor allem hier bei uns im Ruhrgebiet. Anna Nentwig steht für uns live an der A40 hier in Essen. Anna, wie sieht die Situation jetzt im Moment aus? In der Nacht und was die Pendler am meisten interessiert, morgen früh, wenn der Berufsverkehr wieder losrollt. Ja, vielen Dank, Anna Nentwig an der A40. Also da kann man nur sagen, fahren Sie früh genug los. Genauere Infos rund um die Verkehrssituation, auch die Bahnauskunft, bekommen Sie übrigens auch bei uns im Netz unter wdr.de. Heruntergekommene Problemhäuser sind ein großes Thema hier im Ruhrgebiet. Man kann es sich kaum vorstellen, aber offenbar kann es für die Vermieter sogar lukrativ sein, ihre Häuser so vergammeln zu lassen. Denn die Bewohner sind in vielen Fällen Hartz-IV-Empfänger. Das heißt, die Miete ist garantiert. Die zahlt nämlich das Jobcenter. Wir haben ja schon häufig über die schlechten Zustände in einer Hochhaussiedlung in Herne berichtet. Mal sind die Aufzüge defekt, dann sollte das Wasser abgestellt werden. Die Miete, die wird trotzdem bezahlt. In den meisten Fällen kommt sie nämlich vom Amt. Der Anwalt des Vermieters in Herne, Altromondo, hat sich kurz vor der Sendung schriftlich bei uns gemeldet. Die Heizungsanlage soll jetzt wieder ordnungsgemäß funktionieren. Ja, hoffen wir, dass es wirklich so ist, dass es klappt, gerade bei dem Wettergrach hier im Moment. Jetzt lernen Sie ein paar echte Spinner kennen. Science Spinning, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ist in Amerika ganz bekannt. Da dreht man Schilder und wirft sie durch die Luft. Erfunden wurde dieser Spaß hauptsächlich, um Werbung zu machen. Doch mittlerweile ist es ein richtiger Sport geworden, der auch hier im Revier angekommen ist. Eine Studentengruppe aus Bochum trifft sich einmal in der Woche und übt Science Spinning. Was es alles gibt. So, wir öffnen das nächste Türchen in unserem Adventskalender. Da haben wir ja jeden Tag Tipps und Ideen jetzt für die festliche Zeit. Heute, hinter dem elften Türchen, gibt es Teelichthalter, die mithilfe eines Lasers entstehen. Der Künstler Spooky Mantel schneidet in Bottrop, in einem sogenannten Fab Lab, Muster in Holzplatten. Und daraus entstehen ganz individuelle Geschenke. Ja, schöne Idee, gerade, dass man es einpacken kann, auseinandergebaut und verschicken kann. Können Sie sich übrigens auch nochmal auf unserer Facebook-Seite WDR Lokalzeit Ruhe in Ruhe anschauen. Und im Fab Lab in Bottrop kann jeder kostenlos unter Anleitung mit Hightech basteln, weil das Ganze ist ein Hochschulprojekt. So, wir kommen zum Wetter. Wie geht es weiter mit Schnee und Glätte? Hier sind die Aussichten. Jahreszeit. So, kommen Sie gut durchs Winterwetter. Wie gesagt, auf WDR.de finden Sie Infos zur aktuellen Wettersituation und zur Situation auf den Straßen. Bis morgen. Tschüss.